Im milliardenschweren Bilanzskandal beim DAX-Konzern Wirecard fandet das deutsche Bundeskriminalamt öffentlich nach dem flüchtigen Ex-Vertriebsvorstand Jan Marsalek. Der Österreicher war bis Juni 2020 Vorstandsmitglied bei Wirecard. Der Fall soll nun Thema bei der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst werden. Marsalek wird verdächtigt, zusammen mit anderen Beschuldigten die Bilanzsumme und das Umsatzvolumen des Zahlungsdienstleisters durch Scheingeschäfte aufgebläht zu haben, um so das Unternehmen finanzkräftiger und für Investoren und Kunden attraktiver darzustellen. Die Ermittler verdächtigen ihn des besonders schweren Falls der Untreue und des gewerbmäßigen Bandenbetrugs. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Banken und Investoren über 3 Milliarden Euro verloren haben könnten. Wirecard hatte Scheinbuchungen in Höhe von mutmaßlich 1,9 Milliarden Euro eingeräumt, die der Konzern in seiner Jahresbilanz 2019 auf der Haben-Seite bilanzieren wollte. Das Ergebnis wahrscheinlich nicht existierender Luftgeschäfte mit Subunternehmen in Südostasien und im Mittleren Osten.